Alles klar, ja. Mit was? Mit dem Elefanten? Unser Elefant kämpft mit Bienen und... und den... und die... What the fuck? Versuch mal den Elefanten irgendwie zu scheuchen am besten. Das so, das so. Und da kommt die Mama Ente. Hier oben ist nämlich auch eine. Die macht jetzt gerade Frösche kaputt. Während ich hier nebenbei Blumen pflücke. Was ist los? Ich wäre gerade krass gehauen worden von der Ente. Die hätte ich nicht nur gehauen, die hätte ich umgenockt. Aus der Existenz geprügelt. Ja, nie. Ah, okay. Ich lass dir das da. Naja, bin ich tot. Ich hab grad der Blitz getroffen. Das spielen wir uns einfach nicht. Das ist so... Aua. Das spielen wir uns nicht. Ei, 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 ei. Echt nicht mehr normal. Wie lang spielen wir schon? Viel zu lang. Äh, fast drei Stunden. Wow. Ah. Hier kommst du... Kannst die Spinnen nicht leiten. Das ist voll doof. Wo bist du genau? Bei der Dreierspinne. Wo war das? Au. 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 Spinnen geht weg. Ich krieg nur so'n blödes Spider-Glätt raus. Weißt du, so'n... Kommts her. Au. Stirb. Ah, ich hab'n Spinnennetz. Nee. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Jetzt kommt hier auch noch ne Spinne an. Ah. Kommt ihr alle her? Nein. Greif doch jetzt an. Das ist in dem Moment... Oh, ich hab' so viel Hunger. Oh. Okay, noch ein Spinnennetz. Alter, was geht hier ab? Boah, hier ist ein Riesenspinnen-Mutter. Ja, das ist die Spinnenkönigin. Ja. Bist du da? Ja, ich bin... Keine Ahnung. Ich bin bei dem Elch-Uhr. Okay, ich bin auch nicht beim Elch. Achso, da oben rennst du rum. Ich seh' dich da grad. Ich seh' dich da unten. Ja, hab' ich falsch? Nee, du bist runter. Ich bin schon wieder beim Spinnennetz. Ja. Ich kämpfe gegen die... die nächsten Spinnen. Uh. Die sind kleinere. Ich versuchte grad'n bisschen zu separieren, ja. Okay, ich hab' das dritte Spinnennetz. Halt. Warte. Ich bin einfach unvorbereitet hierher gekommen, weil ich hab' gar kein Speer. Naja, lass' erst mal nach Hause gehen. Es wird nämlich dunkel. Okay. Und... Ich hab' nur noch wenig Leben. Oh, okay. Kannst ja nachher dieses Spider-Gelett. Ähm. Wann auch schön. Ich muss mal vielleicht meinen Regenschirm nehmen. Das könnte ja helfen, nicht nass zu werden. Eieieiei. Ach, hier sind ja noch fallen. Tausende. Naja, egal. Nimm die einfach mal mit. Ja, die... Am nächsten Tag müssen wir hingehen. Ich hab' schon gesagt, drei Spinnetze. Ich glaub', wir haben wieder eins zu wenig für'n... für'n Zelt. Mhm. Wir haben, glaub' ich, noch zwei da? Nee, obwohl wir haben alle, glaub' ich, verbraucht. Mhm. Also, wir haben auf jeden Fall zu wenig. Mal wieder. Wie immer. Wir haben von allem was, aber... Von manchen Sachen zu viel. Ja, von allem was... Mit dem Fleisch, ne? Aber eigentlich zu wenig. Da musste auch was Schlechtes passieren, ne? Weil... Wir haben so... Also, so viel Fleisch bekommen. Weil da musste jetzt was total... Abgefucktes passieren, ja. Das ist schon richtig. So, ich mach' mal ein paar Meatballs, denk' ich. Ich hab' auch noch mal so'n... ...ne Dragon Fruit. Ja, und? Na? Na? Was macht ihr? Ja, das ist das, was dein Leben so gut hergestellt hat. Ach so, ja, dann... Wie ist der Sonne? Kannst du da was... Ja, ich weiß nicht, welches Rezept ist denn das? Einfach Dragon Fruit und... Ähm... Eis. Oder so. Jetzt kommen wieder diese dummen Hände, ey. Das ist meine Frage. Meine Hand ist weg. Boah, war die weit. Ja, ja, meine auch. Hast du so'n riesiges Feuer gemacht? War ich nicht. Hä? Das war ich nicht. Ach so, stimmt. Ich hab' ein riesiges Feuer gemacht. Hast recht. Ja, ne, weil das letzte Mal, Bruder, hattest du das riesige Feuer gemacht. Deswegen. Als Assoziationsspiel hier. Die Truhen sind echt alle voll? Ich seh. Kann gar nicht sein. Hier Nightmare Viewers zum Beispiel. Dann haben wir hier zweimal verschiedene Truhen. Ja, ist halt im Chaos, ne? Verrückt. Dann guckst du ja auch nicht. Wo ist denn hier diese Dragon Fruit? Na, ich steh jetzt. Bluma hat gekackt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Bluma. Ja, kannst du essen. Wird nur deine Sanity down. Ja, die ist ja eh schon down. Das soll ja so passieren. Ei, 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 ei. So, wir essen mal Pause. Ein kurzes Päuschen aber nur. Ein kurzes Päuschen. Und jetzt ein paar Worte von unserem Sponsor. So ne Essenspause. Äh, die Fallen. Was ist damit? Ne, ich hatte keinen Platz. Alles klar. Wollen wir da nicht hochgehen? Und... Okay. Ah, das fühlt sehr gut. Leben wieder auf. Jetzt bin ich wieder bei 100. Nice. Ich hab ja noch keine... Nix zum Hauen. Kein Spaß. Gar nichts. Also einfach, einfach unvorbereitet. Kein Spaß drauf. Wir haben das schon überlebt. Ja, aber es soll schon passieren. Ganz ehrlich. Äh. Vor allem... Irgendwann ist das ja dann vorbei und als nächstes kommt der Sommer. Wir haben doch immer noch keine Flingomatik, ne? Ne. Und wir brauchen Holz. Da. Ich hab noch 20 Holz im Inventar. Ach so, okay. Holz, bitte. Holz, bitte. Holz, bitte. Wir haben nicht genug Holz, Milord. Wir haben nicht genug Stein, Milord. Blümchen pflücken für Sanity. Money. Die Bienen-Edie. Jetzt kommt erstmal wieder die Enten-Elch, die Woody. Man macht alles kaputt. Bei welchen bist du? Äh, ich sammle Blumen. Ach so. Und dann geh ich hinter zu denen, weil hier unten die Spinnkönigin rumhuselt. Und die kämpfe ich garantiert nicht. Nicht mit der Hälfte live. Hier ist auch ne Blume. Oh. Oh. Beide gefangen. Ah, Spider-Glad. Ah, 4 Spider-Glad. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Hä? Was? Wie? Stimmt nicht. Hau ich dich halt. Mir ist doch egal. Spider-Glad. Wow. Noch ein Spider-Glad. Bin nett. Bin nett. Bin nett. Bin nett. Komm, 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 komm. Ja, beide erwischt. Spinnnetz. 2. Juhu. So, dann machen wir das mal platt hier. Wir haben ja auch noch Spinnnetze raus. Puh. Schön. Ab nach Hause. Wirklich ist deine Tasche nicht. Ja. Zack. Eingesteckt. Oh, mein Locksuit hat noch 2%. Naja. Hätte auch schlimmer laufen können. Boah. Ist doch voll ohne Rüstung. Ja gut, ich denke ja auch. Ja, echt. Ich nehme noch ein paar Blumen mit. Meine Sanity wird es mir danken. So. Juhu. Von einem Enten Elf zum nächsten. Das geht gerade hier echt ab, ey. Boah. Ah, jetzt hat er wieder Hunger. Ist doch was. Mighty. Ich bin froh, dass meine Rüstung, also meine Rüstung und Ausrüstung gehalten hat jetzt hier noch. Ich sehe gerade, also wirklich, der Locksuit noch 2%. Der Speer hat noch 39. Geht also noch. Da hat er die Waldfee. Was hast du da oben gemacht? Äh, Mastermeet, wo lag da oben? Achso. Hast wieder irgendeinen Unsinn gemacht. Du hast dann wieder irgendwelche Eier geklaut von irgendwelchen Viechern. Irgendwelche Viechschränke aufgemacht. Äh, nee. So nach dem Motto, wir sind ja nicht gerade sowieso in einer Notsituation. Da kann man ja auch mal irgendwelchen Torwurz die Eier klauen oder so. Ja. Hallo? Normal? Oh ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig. Oh ja. Ich bin schuldig. Ja. Ich bin schuldig. Hast du Gras? Äh, 15. Das soll reichen. So, gibst du mir dann das Spinnnetz? Dann baue ich uns ein Zelt. Oh. Hm? Es reicht gerade so. Ich hab genau vier Stöcker für das Zelt. Also genug, um genau das Zelt zu bauen. Für mehr reicht's nicht. So, äh, möchtest du schlafen oder soll ich? Schlaf du. Gute Nacht. Ui, 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 ui. Das ist verrückt. Das ist verrückt, was hier gerade abgeht. Wir müssen dann auch gucken, dass wir jetzt die Materialien für, äh, die Flingomatik zusammenkriegen. Merci. Kannst du schon mal gucken, was wir dafür alles brauchen? Weil ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich baue schon mal. Ja, aber nicht in der Nacht bauen, weil da irgendwie die anderen Wandel macht unser Feuer aus. Ich meine, Details, äh, Sachen dafür. Achso, ja. Ja, gut genug Gold haben wir ja. Ja. Sollte also nicht das Problem sein. Stein hab ich noch ein bisschen da, notfalls. Einer. Ich glaub, du brauchst ganz schön viel Cutstone, oder? Ja, ich brauch ganz viel Cutstone. Was ist das? Hier ist aber auch noch Stein dran, das nehme ich auch einfach mal raus. Dann nehme ich das, genau. So. Oh. Ah, noch nicht ganz. Ne, ich war grad, ich dachte grad, ich bin schon voll, aber... Nein. Jetzt bin ich voll. Guten Morgen. Ich stehe zu Gluma still, damit meine Sanity auch voll bleibt. So, wir brauchen 15 Eis. Oh scheiße. Sieben. Okay, lass direkt Eis suchen gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh nein, wir haben kein Eis mehr. Okay, lass mal gucken auf der Karte. Unten. Bevor der Sommer starten beginnt, brauchen wir auf jeden Fall eins. Hier sind nur noch Pfützen, ne? Ja hier, weil wir hier ja schon abgebaut haben. Oh mein Gott. 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 Also ich finde, wir sind perfekt vorbereitet. Absolut, absolut. Keine Frage. No questions. No questions. Da brauche ich jetzt ne Karamellwaffeln. Wenn so was für drauf geht. Oh. Direkt nach unten. Wenn so was für drauf geht. Direkt nach unten. Okay. Hier. Hast du Eis? Ja. 15 Eis. Ist echt viel. Ob wir das noch zusammen kriegen? Ja, auf jeden Fall. Ich sammle schon mal einen, bevor das hier irgendwie schmilzt. Ja, ich sammle einen. Ich mach kaputt, du sammlest. Ja, wir haben die 15's zusammen mit dem, was wir sowieso haben. Ja. Ich lass trotzdem noch mehr sammeln, wenn wir schon hier sind. Ja, ja. Da bin ich für. Das ist ein guter Plan. Ich brauche noch Stöcker wieder. Ich hab keine Stöcker mehr. Ah ja, hier ist der Friedhof. Oh toll. Ja, lass erstmal. Ja, lass mal Stein kaputt machen. Also wir haben keine Probleme. Lass erstmal ein bisschen auf dem Friedhof gehen. Deinen Diorit brauchen wir auch. Ne, nitro, nitro. Moment. Warum immer Diorit? Ey, Wawolf, lass den Quark. Nym, 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 nym. Für die Steine. Her damit. So, lass mal hier noch. Sammeln. Kann man alles gebrauchen. Oh, weia. Achso, da oben liegt auch noch Eis. Hm. Na, jetzt hab ich dich... Ach Gott, mein Spitzhack ist kaputt. Ich geh mal das Eis an. Die ganze Zeit so rumgedaddelt und jetzt voll hardcore. Ja, da müssen wir ja. Was heißt rumgedaddelt? Wir haben ums Überleben gekämpft. So sah's aus. Ah. Voll die Überlebenskünstler hier. Ja, wieder. Wie in der ersten Folge. Erstmal die Survival-Experten. Und dann ging's los. Der Shitstorm. Eieiei. So. Der starke Wolfgang, der sammelt alles ein. Du hast alles kaputt und der starke Wolfgang, der sammelt alles ein. Zum Glück haben wir so einen kräftigen Kerl mit uns. Echt mal. So. Apropos. Erstmal was essen. So. Eis abbauen mit Hemd, das geht so nicht. Da muss schon oberkörperfrei sein. So. Du brauchst nix abbauen, ne? Du kannst nur sammeln. Ja, passt schon. Ich hab da auch noch ein bisschen Spitzhacke hier. Und hier oben sind gerade drei Eis. Umso schneller wir fertig sind. Umso eher... Ich hab keine Stöcker. Brauchst du? Ich hab... Ah, warte. Hier ist einer. Alles cool. Alles cool. Ich kann mir was bauen. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. So, wir haben ein Stack Eis zusammen. Zum Glück. Hier oben ist auch noch Eis. So, das nehm ich mit. Das nehm... Oh, mein Hut ist kaputt. Wo ist Eis? Hab ich schon. Eis, 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 Eis. Sind wir zurück? Ja. Ich würd' sagen, Attacke. Und den Stein nehmen dann an. Und den da oben. Ah, der starke Wolfgang hilft. So. Let's go. So, jetzt kann ich auch mein Hemd wieder anziehen. Jetzt sind wir fertig mit Arbeiten. Oh, weia. Kannst du direkt Stöcker sammeln hier? Ja, mach ich auch. Ist ne gute Idee. Zumindest so ne Grundauswahl an Stöckern wieder. Wieder haben. So, ich stöcke alle rein in meinen Rucksack. Oh, hier will wieder so ne Pflanze. Schon wieder? Ja. Masse kaputt. Weg, 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 weg. Juhu. Wann die brauchen immer in unserem Lager, hä? Hab keine Ahnung. Fällt denen ein? Ja, da guckst du, Elefante. Ah, jetzt nimm die blöde Nuss mit. Du Nuss. So. Pflanzen. Weiter. Der Elefant hat eigentlich voll gekackt. Oh, Trockenfleisch. Nice. Da halten wir noch ein bisschen aus mit. Da müssen wir auch dann Meatballs draus machen, das ist, weil die sich so besser halten. Äh. Ja. Willst du? So. What? Machst du das Feld? Nein? Dann gucke ich, dass ich das Ding jetzt baue. Jo. Ist so gut wie erledigt. So. Hier ein Jam, da ein Jam. Jetzt habe ich keine mehr. Äh. Hier oben war noch bestimmt noch welche drin. Die Eggvogel. Da geht's nicht. So. So. Das kommt da mal rein. Das kommt hier mit rein. Wird's jetzt noch nicht hinbauen, aber ich hab's schon gebaut. Nur noch nicht hin, ne? Bluma steht wieder ziemlich doof. Egal. Du bin sofort weg. So. Na gut, jetzt schläft er jetzt. Jetzt fliegt er ja nicht in die Luft. Da geht das. So. Junge, Junge, Junge. So. Ja. Ich würd sagen, äh, lang genug. Jo. Wir machen jetzt hier erstmal ne Aufnahmepause. Äh, also ich brauch Pause. War anstrengend genug das Überleben. Und, ähm, ja. Wir sehen uns dann einfach, äh, beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Don't starve together. Mit dem Boy. Und der Adi. Bis dahin. Haut's rein und. Ciao, ciao. Hi. Hui. Da kommt der Wolf gar nicht richtig ins Schwitzen, du. ÎnIND. Tbach. Wir saen neutrin.